Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge Let's Play League of Legends mein Name ist Kröwi und ich spiele hier gerade Sona auf der Botlane als Supporter genau also ich guck mal was das wird ist die Sona hat jetzt ja ein ein Update also den neuen Patch und in diesem neuen Patch äh hat sie ja diese Änderung von ihren normalen Fähigkeiten, also die passive, erfahren und ja mal gucken mal wie hilfreich das im Spiel jetzt ist ähm ich starte mit Münze, 1 HP-Pod und die Mord äh genau also wir gucken mal was das wird also ich äh ich hab jetzt noch nicht auf den neuen Access geguckt, aber Drake meint er wäre Silber äh ich bin ja Ponzen aber ich bin auch sowieso nicht allzu gut zum Glück ist ja der Heal gestiegen na die haben hier sowieso ein Wort ähm genau also Sona hat ja diese Patch bekommen, das bedeutet die Kuh, also hat jetzt ja nicht mehr diese diese Augen äh 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 diese Konstanten gibt es ja nicht mehr, jetzt gibt es ja nur noch die ähm äh diese für eine gewisse Zeit dass die Aura so lange hält, die aber dadurch wesentlich stärker ist, was ich auch wesentlich besser finde der Heal wurde gebufft, Lauftempo wurde eben äh auch das äh auch die Aura auf Prozent gelegt und nicht mehr auf so und soviel ähm ja also es war eben ein sehr starker Buff jetzt kamen sie auch besser als mit Länderspinnen ich spiele sie jetzt aber als Supporter das erste Mal und wir pushen hier ganz schön nein das war mal einer, ups okay der Draven macht schon mal guten Schaden auch wenn er seine Kuh aktiviert hat hohoho zwei Spells lol das war ein Schuss ja also es sieht auf jeden Fall gut aus Draven hat äh 12 zu Kogma 13 ja ok also ist, ist gleich äh die müssen ich beide auch gleich mal zurückziehen immer mal ein bisschen harassen einmal kurz einmal ja der Turm da hat der Turm zu viel Schaden gemacht ah der Hook war auch sehr, sehr gut gelandet auf jeden Fall so dann geh ich auch mal zurück ja ok also war jetzt natürlich ein bisschen schade aber auf jeden Fall ich würde sagen so kampftechnisch sind wir eigentlich wesentlich besser äh ich hol mir was hol ich mir ja kann ich eher ich war noch kurz ja ok naja so ist es mal guck ich ich finde mal ähm ganz spannend wie viele Stacks denn Asus hat und 1 zu 1 zu ja gank äh me also Draven hat 13 durch seine Passive naja wir dürfen halt eben Kogma ist halt eben hat ein naja ich würde sagen ziemlich starkes Mitgame natürlich halt eben seine Fäße eben übelst stark dass er diese äh hier diese wie heißt das denn nochmal dass er dieses äh dass er so eine übelst krasse Reichweite bekommt macht dann auch nochmal prozentual mehr Schaden ok also hier ich höre schon die Sounds haben sich auf jeden Fall nicht geändert also die die labert ja immer irgendwie so Rios so und das kenne ich auch noch so nicht ähm falls ihr auch selber ein bisschen League of Legends spielt solltet ihr euch mal den neuen Cinematic Trailer äh anschauen richtig geil animiert also der ist wirklich richtig schön so ich hier nur warten ja die die getroffen ähm jetzt steht das 29 zu 27 nice ok muss man ein bisschen aggressiver rein weil wir haben auf jeden Fall ein stärkeres Early-Als-Tea Thresh ist halt eben später so ein U-B-Send-Gate-Champion das ist so ein Scherz ey Tja, da hab ich dich für 407 Gold auch noch gekriegt, dann schön terminiert, kein Ding äh, einer labert da schon wieder Spanisch nicht, dass ich's könnte, aber was ist denn das, glühender Rauchbrenner witzig, Fähigkeitsstärke, 10 Mana, Regi 10 Abklingzeit 8% laut sind deine Heilung und Schild auf einer Nein, nein, hätte gewähren die 6 naja naja stimmt das könnte man theoretisch entspannen lol, richtig geil sehr gut also, das Problem ist, er leben so nah, ist squishy, wenigstens ich hab gerade 600 Leben im Vergleich zu das wird Draven 1050 Leben das ist ziemlich scheiße äh, also der Schild, die Heilung, ja ich mach mal die Heilung, ne oh, sehr gut läuft gerade, würde ich sagen nein stopp oh, Warwick ist da da haben wir sowieso noch einen Rort, falls er da lang und immer noch einen Auto-Attack mitgeben weil, wenn ich einmal treffe, haut die Person meistens sowieso dann ab tja oh, der kommt ja in die Ulti machst du einfach gar nichts tja alter, was auf ihn gerade alles drauf gesetzt wurde der ist der Hammer und schon wieder mein Kill ja, denn, das laufte fortgereicht, wie nice hä, ne, von wegen Lucky Skill, würde ich mal sagen Achtung der Draven soll mal weg also, ich, ich finde es immer so lustig Cockmore hat jetzt immer den Turm getankt ne deshalb ist er, ist er schon zweimal durch mich gestorben oh, jetzt hab ich mein Crescendo na, das hätte ich lieber früher haben sollen gerade, wenn er war, als alle am Tower standen, hätte ich sie schön hätte ich, hätte ich sie alle schön stunnen können ich werde, Warwick ist da noch drin oder die, äh, haben gerade beide backgeportet ne na, ok der schießt wieder da sag ja, der macht auch gar keinen Schaden, ne ach, ne, ich hätte ja oh, stimmt, das ist ja nur die ui jetzt haben wir ja eben diesen Schild, was er eben naja blockt wieviel Schaden 65 das ist ein halber Autothek ja, Crescendo noch gilt das Crescendo hat einen wesentlich kleineren Einflussbereich wie schrottig wie schrottig nice ok 1 für 1 und, äh, bei uns, wer da, da denn na, shit guck mal, hat den Kippe gemacht gut, jetzt hab ich das können wir uns alle noch ein bisschen Lauftempo geben, oder? ja 6 gegen Malser 6 hat 0 ok, haben alle 0,0 Läufert ne Fail ja, macht der 0 Schaden ach, wie lustig denn, ne, ne 9 Cent ok so, also Draven ist schon ziemlich gut, würde ich sagen der warte wahrscheinlich auf BF lol na, hast sie aber ziemlich catchen lassen macht das die Ulti? na ist natürlich super Lauftempo oh der Woking leider nie eben so, nicht schnuggi nö, ich nehm einfach nur einen HP-Pot und den Anward und das gibt das gibt 40% Aussichtiger, ist gut Narsus hat 138 Stacks hm jetzt kill ihn oh leu alter, ist schon ein dritter Kill ja gegen draven hat Kogma eigentlich jetzt gerade keine Chance ich hab schon wieder ein Kill bekommen ich glaub Draven hat jetzt erst 1 oder 2 ok ähm ja, 0 Assists beschleunigt der Satz ich stimme zu ok Warwick hat keine Ulti Warwick hat keine Ulti boah wofür 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 der hat ja doch Ulti oh wofür 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 ja, aber noch mehr Spanische so dass auch noch alle verstehen oh Gott äh, Lauftempo ne, das abzugeben bringt gar nichts machen wir nur ein bisschen schade gut Otz Tower, Achtung der zieht sich da ok Türme getradet jetzt lauf hm ja, das war natürlich ein bisschen naja SS mach doch einfach so also so wie schreibt denn noch SS in den Chat ey naja wir feilen uns noch mal ein bisschen und geben uns noch mal ein Schild ja da setzen wir hier in Wars rein jetzt kommt doch hm machen wir eben erst noch komm vier viertel Tag hm 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 Okay, wir müssen aufpassen, dass unser Mithau nicht fällt. Schnell! Tja, ich wusste, dass er hockt. Vier gegen eins, keine Chance. Aber, ich finde es ganz gut, bis auf der Nasus, ich wollte gerade sagen, fiel er niemand. Oh, da habe ich noch ein Assis bekommen. Ja, drei, vier, zwei als Supporter. Naja, es sieht nicht so gut aus für uns. Könnte besser sein. Jetzt gib ihm doch! Nice Bombsix. Sehr gut, nice. So, sechs hat 227, oder macht er schon? Hahaha, lol. So, aber nicht so schlaut als... Er kann mich von mir ausrufen. Kann sich, er kann, er kann, nur er sich zu mir... Kann er, nur er kann sich zu mir, zu mir... Soll ich habe gerade irgendwer, da... So, wie steht es denn von Farm? Also, der Rengar hat 106... Und der Nasus hat 97... Hm, er hat 222 Stacks, okay. Und irgendwie ruckelt das gerade ein bisschen. Jetzt geht's wieder. Sorry, ich weiß nicht warum. Driven... Okay, wir machen gerade Split Push. Hm. Okay, der Driven hat ein bisschen Schaden abbekommen. Ich habe dadurch jetzt schon... 270 Gold nur durch diese Screams in meiner Nähe gekippt worden. Oh, nice. Nice. Aber immerhin haben wir den Dragon. Dragon gegen Kill. Dragon, yes. Die Sinfonie der Gerechtigkeit, ja. Was macht die denn? Oh. Das ist kein Schöchter Schad. Jetzt! Auf! Jetzt verfolge ihn doch! Nein, jetzt portet er sich weg. Okay, er will den Turm retten, naja. Kann man sich jetzt streiten, ob es das wert ist? Aus meinen Gedanken an die Daniel. Also ich glaube, das Crescendo ist... Ja, irgendwie... Also ich habe doch gemerkt, dass er doch leider einen ziemlich starken Nerf erfahnt. Denn es ist wesentlich kleiner. Oh, nice. 255 Stacks. Ja, da machen wir uns schon ein Ding für den Schaden. Ein bisschen heilen. Was? Die Hitbox ist aber... Naja. Das ruckelt bei mir aber auch gerade so krass. es ist er was in einem schießt sich hat auf jeden fall guten es wird jetzt abgerissen der macht gar nichts dagegen Ja, nice Ah, der schafft sogar zu escape Wieso? Sind die da noch oben? Ja Die sterben Gib ihm Nice Ach, das gibt's doch gar nicht Oh, zum Glück hat der noch nicht gestern Wieso flasht die raus? So, jetzt aber Zack Sehr gut Und Drei Assists Was gibt es Besseres? Ja, vier Assists, aber Das ist das Loch der Leere Wir müssen mal hier gehen Wir müssen mal hier gehen Ich hab dem noch gegeben Sehr gut, ja Es tut mir leid, wenn's bei euch auch ruckelt Ich weiß nicht, woran das liegt Aber bei mir Ruckelt das die ganze Zeit ziemlich stark Okay, sechs Okay, guck mal Das hat's mir noch getroffen In richtigen Der hat jetzt aber wirklich gedacht, dass er da drin ist Okay Drill Drill Ne Ich bleib bei Drill Ich bin jetzt schließlich Ich bin ein Supporter Okay, gucken wir uns dann schon in die Mitte Okay, ich muss doch Sieht nicht gut aus Jetzt noch alle ein bisschen Speed Kranker Schade 819 Schaden Gibt den Items Boah Übel War's das wert? 3 gegen 2 Naja Läuft nicht Meiser 5-0 Naja, Draven hat jetzt auch 5-0 Und du hast auch 4 Kills Ich finde Flame ist nicht so gut Also man kann sich gerne aufregen Dann soll man es aber nicht in den Chat schreiben Weil dann regen sich alle noch Einfach noch viel, viel mehr auf Okay, die machen jetzt wahrscheinlich gerade Dragon Ich wardle den mal Oh shit Ja Wusstest du es doch Junk Der hat noch einen Killed Zack Stun Abgeritt Oh, ich hasse den Verborgener Jäger Der macht einen Schaden Ist ja übel Jetzt musst du aber schnell laufen Haha, Flash raus Noob Ja, da kann die leider auch nicht weg Ich fuhl mir einfach mal Litspan Nicht Nicht Oh, so troll Oh mein Gott Schade I need to farm my Q To farm, to stack, ey Oh mein Gott Ich weiß nicht Ich weiß nicht, ob Nasus im Angebot ist Das sieht so auf jeden Fall aus Jetzt stirbst du Jetzt komm, jetzt gib' ihn Nice Ist das nochmal 25 Stacks bekomm Ich glaub schon Okay, der Bluetooth da Ich finde jetzt What the shit Der ist hier geschmolzen, ey Die haben aber alle nicht viel Leben Das kommt gut Das bringt uns wahrscheinlich aber trotzdem nichts Oh Gott Und Ja, das war mal ganz nice So, die sollen wir da weiter pushen Da ist, guck mal Zack Muss ich gar nicht erst mehr draufhauen Und guck mal, das Passive trifft nicht mehr eine Person So, genau, jetzt kannst du stacken Das Problem ist, durch die Eishandschuhe Oder haute auch immer die anderen Minions Na, der hat noch getroffen Oh, jetzt aber schnell Ja Das passiert, wenn man 5000 Ulti auf einmal zählt Der macht aber auch Schaden Ich hab aber fast keine Resis Oh, jetzt mal realisiert Oh, mit einer Bombe Alle futsch Six Heilung Und dann push, cock, maa Wenn wir So Kurz ein Wortplatzchen Riven Dürft ihr wohl im 1 vs. 1 Kogma Finischen Sonst ist die Riven Bad wie sonst was Aber klar Noch ein bisschen Heilung Bambel Wo geht die denn denn Ich glaube ich habe noch den anderen getroffen Den Thresh Schaden ist auf jeden Fall nicht schlecht So jetzt Draven Oh Sehr gut An die Dino Was ist Stärke der hier oder der Schild Der hier Gut Und sich erst nachdem er Schaden bekommt hat Er bekommen hat Ich gehe dann auch mal weg So Und für mir noch 850 Dann bin ich fertig So Auf jeden Fall Jetzt sieht es wieder richtig gut aus Botlane Pushed rein Turm ist fast down Sagte ich Und meine Kameraden Starben Diamant Okay 5 gegen 1 Ich glaube die 6 Bomber hat so gut wie alle getroffen Hast du Fischendo? Nein Ich habe das Fischendo nicht durchgekommen Jetzt aber Zack Zack Abreißen Abreißen Das ist ein Scherz ey Okay Doch Warwick ist auch noch draufgegangen Nice Komm Alter Kriegst du auch noch Macht Ja Sehr gut Prats Und 426 Alter Nice Damit hat Narzis 9 Kills Ist gefiedet Wie sonst was Hätte ich mein Crescendo durchbekommen Dann wären wahrscheinlich auch Äh Wäre einer der beiden Wahrscheinlich auch noch nicht gestorben Das war ein 4 zu 3 Auf jeden Fall gut Ähm Bluebar Weiß ich nicht Der noch da ist Ja Ja okay Vielleicht haben sie ihn schon weggemacht Ja Diese Hitbox ist der Hammer Theoretisch Komm Nice Weil die sind beide noch So sieht sie nicht aus Und jetzt wird Zack Da oben war Warwick Okay Okay Nee hier stehen wir scheiße Ja Stack deine Kuh Durch einen Bekommt er Sechs Ach ne Durch die großen Bekommt er sechs Durch die kleinen Glaublich drei Oder zwei Okay Draven geht Narzis Narzis will Stacks bekommen Push up the lines Der Turm Wird Vielleicht Drauf gehen Ich bin mir nicht sicher Na okay Ein paar Creeps Hier noch abbekommen Ich hab Ich hab ja hier Glitch mehr Das ist gar nicht Glitch Was würde ich denn gerade Ja Need to go Ey Das ist Ja dann push du doch auch mal Du sagst immer push all lanes So machst du ja gar nichts So Ordnung durch Musik So wenig Leben hätte noch drei Autotecks aus Jetzt aber Schnell Sehr gut Nein Nein Ich bin hier Ganz blöd eingeklemmt Ich mach leider keinen Schaden Das ist das Problem Aha Trotzdem genug Um den zu killen Okay Flash ist was Dankeschön Ja Jetzt vielleicht noch ein kleines bisschen weiter weglaufen müssen So Jetzt Jetzt haben wir Die beiden Carries Die sind weg Jetzt einfach nur drauf Brioce 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 Meine Worte Jetzt Raus Und das bringer Shit Der kam Leider nicht weg So sieht Auf jeden Fall Inhibitor Ist natürlich ziemlich krass Alter, ich hab sieben Kills Was ist da los? Was ist da los? Ja, das ist natürlich jetzt scheiße Tschüss Und wir machen Baron So, ich unterstütze ich die nochmal ein bisschen Okay Die machen direkt weiter Ich gehe erstmal zurück und hole mir jetzt So, ich will noch ein bisschen Schaden holen? Ja, mach ich lieber erstmal das Kann ich mit Verbindenden noch ein Schild geben Dann würde ich Speed, Schild Und auf 3 ist dann die Wards gut Ähm, also Riven Macht 3,34 Schaden Plus Hat noch krasse Resi Bewegen Hier, dieser Wie heißt der nochmal? Schutzengel Ich hab jetzt eben Lidschbam Was ganz gut ist Dadurch mach ich dann nochmal Zusätzlich mit Ja Ich hole das los Gut Boah, jetzt mach ich ja mal Schaden Obwohl ich nur Obwohl ich auch einige Support eigentlich fast nur Support halten soll Außer Lidschbam Boah, Leute SIGS Übel Übel Ehrlich denn nochmal? What the shit Das kommt aber auch auf jeden Fall nicht wenig Schaden Ähm Ja Sieht ziemlich gewonnen aus Das Game Problem ist, die anderen Lanes pushen gerade ein bisschen Zack Loll Ja, das dürfte es gewesen sein Jetzt ist GG G2DT Nur nochmal, Sarah Dich steht aber auch ziemlich schnell Der kann von mir aus nur sein, ey Zack Nice, nice GG So, und ich würde sagen Das war's dann auch mit diesem Game Ich hoffe, es hat euch gefallen Und dann würde ich sagen Ciao Euer Klöbi Bye Bye Tschüss 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 Tschüss